Hii... Da sind wir wieder. Und... Tja... Ich hab die Nachricht bekommen, die Hybriden reden jetzt wieder, sie sind nicht mehr taubstumm. Was für denn? Dieses UND nach der Begründung ist nur total nervig angewundert geworden. Das ist total grausam. Und ich geh jetzt total in diesen Raum hier rein. Jo... Mit schöner Musik, die hoffentlich nicht... Copyrightet ist. Dann dürfen sie eigentlich nicht. Also wenn das Copyright-Musik ist, dann würde ich den Künstler eigentlich kennenlernen. Hehe... Ja, kann nicht schaden. Hat man eigentlich eigentlich eine Ladestation gehabt? Ne, ne? Hm... In der Nähe nicht, ne? Oh, ne Lock. Okay. Ja, fangen wir gleich mal so an, wie wir aufgehört haben. Ganz viel Kram hören. Geez... Ich hatte eine wirklich schreckliche Rache, seitdem wir den neuen Eischkriegen gestern hatten. Ich darf nicht meine Kürze wegziehen. Meine Haut glässtert wie Eis und ist näherlich alles transparent. Ich habe noch nie so etwas wie das passiert. Ist da etwas falsch mit Averys neuen Eischkriegen? Oder hast du noch eine andere Idee, was meine Rache verursacht hat? Das war bestimmt... ...der Kuchen, den du vorgestern gegessen hast. Hm. Wir haben uns überlegt. Aus, die eisähnig fast durchsichtig ist... Ja... Können die Snowbeasts... ...vieleicht nicht mal wirklich... ...eingeborene Aliens sein? Sondern viel eher... ...ein ausgleichender Shotgun, die unter der Theke liegt? Hm... Ja, das wird so sein. Ja, jetzt liegt sie nicht mit... ...da. Warum auch immer, dass du sie mitnimmst? Wenn ich diejenige... Ich war auch richtig weg, ja. Ja. Sondern die doch nicht dieses Eis gegessen haben. Happy Hour. Morning Free. Für 300 Nieten. Was für'n Wucher! Doch eigentlich, weil ich den ganzen Automaten betrieben wird... ...wenn hier so ne... ...ne Abendparty 300 Nieten kostet. So... ...und diesen Schlitz haben wir noch nicht, ne? Nö. Was für uns denn noch? In der Sickbay waren wir. Da war nur das QWR. Ja, die das QWR. Ähm... Hier oben geht's noch weiter... ...in die... ...ins Casino. Da waren wir schon. Waren wir im Casino schon? Ja, doch waren wir schon. Billiards. Ja, ja. ...und so... ...und so. So, Garten, äh... ...Atex. Jo. Oh. Ja, schlag mich. Ja. 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 Ich bin schon unterwegs. Spinnen. Spinnen. Das ist vielleicht nicht überallhin gleich, wenn ich renne. Und... ...du, wer diese Spinnen macht zum Rollhacks. Das ist nicht fair. Nein, die stand direkt vor dir. Dann... ...gibt's irgendwelche Lags, was eigentlich gar nicht sein kann und dürfte. Oh ja. Bist du weg? Gut. Naja, ich hab ne Feuergranachte drauf geballert. Nein, wirst du wohl. Danke. Lass wir noch öfters machen, ich treff die Viecher ja nie. Oh ja. Ja. Wo sind wir denn? Solange es keine Springwürmer sind, alles in Ordnung. Sind es. Sind es, oh. Genau. Jo. Ja, du bist da hingelaufen. Alter, ich treff die einfach nicht vernünftig. So, was hab ich denn hier? So. So. Brandgranate. Ist vielleicht ein klein wenig Overkill für Fische, äh, Fische eher genau. Spinnen und Würmer. Ich hab hier auch Fische. Hallo, Hirn? Guten Morgen. Nicht für Spinnen. Die Spinnen halten von der normalen, ähm, also Panzerbrechen... Äh, hier, ähm. Ah, eh. Ja, halt Fleisch, da fällt es in der Munition. Mehrere Schüsse aus. Ich höre Elementwise. Ich sorge mich um die Kleinen. Das ist toll. Äh, die? Du hast doch keine Ahnung, wo du hin bist. Rechts durch die Tür. Von Weingang aus. Oh. Hab mir gleich die Beckenmitte gegeben, ist das nicht nett von dir? Ja. Eigentlich nein. Doch, find ich schon. Ich glaub, dann sieht man das andere rechts. Aber wir haben die Karte. Du hast die Karte. Du hast die Karte. Dann haben wir beide. Es geht da wohl irgendwie eher um den Code. Nicht denn. Über... Interfunk mitsteilen kann. Äh, ne. So. Will ich wissen, was das sollte? Hm, was denn? Will ich wissen, was das grade sollte? Was, was sollte? Die ganzen Fälle kaputt zu schießen. Die Dinger sind gefährlich. Ich finde, du nicht in die Nähe gehst. Außen hab ich hier Organ rausbekommen. Organe sind immer gut. So. Also, ich nehm an, hier draußen war nichts weiter. Ja. Okay. Im ganzen wirklichen rechten Bereich war übrigens auch nichts. Okay. Okay. Ja, deswegen haben wir so ja in Himmelsrichtung. Weil man dann... Oha. Absolut rechnen kann. Und ich relativ... Von mir aus Norden, sowas gibt's ja nicht. Athletics ist Abbruchskartner. Jo. Dann also den Krubertieren. Den Asensiten einfach ignorieren. Ich kann das Becken haben. Ich kann nichts weiter aufgeben. Ähhh, nein, anderer Seite. Verwirrung, Verwirrung. Nur bei dir herrscht. Ja, ja. Ich hör ne Kamera. Aber ich seh sie noch nicht. Obst. War gut. War eine sehr bissfeste Banane. Und nächst halt mal Chammy. So, damit wär die Kamera kaputt. Da unten, aha. Ja, ja, da werden wir eh noch hin müssen, wenn ich die Kamera von oben gleich kaputt mache. Jo, das ist praktisch. Genau, wie hier hinten Assassine rumrennt. Ich hoffe aber erstmal hier oben. Ach, noch einer. Links lang. Ich hab'n Bart gefunden. Das ist immer gut. Ich werde nicht mehr an Assassinen assassiniere. Ungekonnt. Wenigstens hast du's geschafft. Ja. Stimmt. Was steht da drauf? Besen kann man mit Aufladegerät. Was soll denn? Grim. Ah. Das wird wohl ein wichtiger Raum sein, da will ich als letztes rein. So. Commander Steve Kingsley ist wahrscheinlich noch ein bisschen wichtiger. Ach. Ja. Ich hab meiner Regel nicht so Events, wo man dann nicht mehr zurückkommt. Bot Deck Zugangskarte. Ja gut, dann lauf mal weiter. Hast du irgendwas? Nö, ne? Nö. Das wird mich halt enttäuscht. Ich möchte die Vase zerschlagen, aber es geht nun mal nicht. Okay, auf zum Commander. Ich hab mir den Rest hier nämlich erkundet. Das ist ein aggressiver Gärtner. Mhm. Schau, nur die Tasse da. Die Cocktails haben wir auch mitnehmen können. Entchen. Und ein Entchen. Ein Aktivierungsschlüssel. Oh, für auch immer. Aber der ist wieder sehr böse Frick gewesen. Nicht mal so persönlich. Hier warst du schon drin? Wo ist hier? Nein, warst du nicht. Ja, genau. Thief. Hm? Hier liegt eine Spielpackung. Thief. Off and looking was. Allerdings ein bisschen was. Verformt oder sah es wirklich so aus? Weiß ich nicht. Kann eine Spezialpackung sein. Gut möglich. Jeder mal runter, oder? Äh, hier hat das leer? Okay. Warte. Hier ist eine Seitentür. Da sind wir am Anfang rein. Ah ja. Hier? Ne, wo? Moment, hier. Dings zerschaßen. Also es ist hier hoch. Das ist irgendwie anders. Und diesmal hast du die Orientierung. Und ich nicht. Hier runter. Ja. Ich haffe da mal links rum wieder, ne? Ähm. Dinkomulationsfehler. Schön. Warum? Weil der Assassine bei mir eben ins Bad gerannt ist. Kurz danach stand er dann wieder an der Kante. Dann gehst du eben auch nach links. Okay, ich habe ihn doch gefunden. Oh, direkt anhören. Note to self. The code for blast device 1 in the maximum security area is 32447. Such a needless silly safety precaution. As if we ever blow up this sinnfully expensive wing. Gut, wir müssen also diesen sinnhaft teuren. Zügel später sprengen. Später? Wahrscheinlich gleich. Hey, noch mehr Garten. Also, Garten. Ein paar Baumgerippe und ein paar Steine. Garten. Hammergarten. Ach ja. Die Betten sind alle unglaublich ordentlich. Ja, wurden wahrscheinlich nie genutzt. Das ist möglich. Ja, äh, da rum? Darum hier rum? Nein, hier rum. Ja, ich gehe weiterhin links rum. Sind wir links nicht schon durch? Nein. Hm, das ist aber nochmal ein Rot. Komische. Solle Vieh stand da eben schon rum. Ja, komm. Nein, nicht die Zigaretten. Ich will einen Apfel. Nee, da halt nicht. Parlin. Es scheinen aber viele Leute gerne Parlinen im Bett zu essen. Kann sein. Jetzt schon wieder hin. Ich bin die kleinen Treppen da hoch. Ah, ja. Ani. Ah. Plastik, Ani. Willholt sich's langsam. Aber immer noch schön. Ja. Hier wieder runter. In einen wiedereigenen Bereich. Gut, dann nehme ich den. Ah, mit. Oh, hallo. Ich muss sagen, soll langsam bin auch ich verwirrt. Ging's auch noch weiter. Ich weiß. Ich geh erst mal jeden linken Abzweig eigentlich, mehr oder weniger. Okay. Hey, Upgrades. Ja, du hast, jetzt kommt erst mal ein Assassinenjäger hier um die Ecke. Aber es kann dir ja egal sein. Nichts ist sarkastisch. Ja, mich können die Fächer hier auch umbringen. Das tun sie auch. Ich mein, im Sinne von, das kann dir ja egal sein. Im Sinne von... Ja? Du hast deine tollen Upgrade-Einheiten. Ja. Wärst du nicht da reingerannt, hätten die uns gar nicht gesehen. Also, wahrscheinlich. Möglicherweise unter Umständen. Wo bist du? Bin ich nochmal umgesehen, warum? Frag nur. Ich dachte, dass du hinter mir wärst und dann warst du nicht mehr da und das hat mich verwirrt. Hier waren wir schon. Ja, nachladen ist eine Tugend. Ich möchte einen Run fast. Jo, das war's doch. Nee, mich freut nur, weil unglaublich, dass die Assassinen ihr Verhaltensmuster plötzlich schlagartig ändern. Das, was die seit Ewigkeiten exakt gleich gehalten haben. Okay. Dass, wenn man auf sie zurennt und sie nach hinten drängt, sie immer von einem weglaufen. Aber nee, der ist einfach in meiner Fresse stehen geblieben und hat mich abgeballert. Hm. Ja, wahrscheinlich, weil der... Affection eingesetzt hat. Was? Wahrscheinlich, weil diese... Animations-Affection eingesetzt hat. Ja, eben nicht. Nicht seltsam. Ah, nee. Ich glaube, wir müssen frei gewesen sein. Ich bin halt fast der Meinung... Ja, es gibt einen einfachen Weg. Rechtsrum geht's übrigens schneller. Hey, Forderations-Schach. Dass ich immer noch nichts spielen kann. Aber gut, wer kann das schon? Außer... Hardcore-Leuten. Hallo, Cyber-Module. Heute scheinen gerne Sachen unter den Betten verstecken zu wollen. Scheitern. Granaten los. Ja, dieses Anbett. Ich möchte gerne mit der Person darüber interagieren. Danke, Spiel. Anbett. Übrigens, keine Ahnung, wo du bist. Rechtsrum. Von unter den Lippen-Schächten. Keine Ahnung, was für Lippen-Schächte du meinst? Nein. Nein. Nein, ich habe noch zwei Loks aufgehoben Ja, hör mal Ist das dieser komische... Ja, komm an der Kingsley Und nechster Ein Arsch von einem Vorgesetzten, nechster Demit deine Experimente zu deinem Lab Und wird nicht mehr Grenzen der Sicherheit tolerieren Und während wir da sind, Bleib deine Hände auf meine Rubberducke Vielleicht bin ich nicht trainiert, um einen Mikroskop zu benutzen Aber ich bin trainiert, um einen Usultroth zu benutzen Glaub mir, diese Hände sind nicht aus dem Crewgarten bevor diese Nacht Ich werde zeigen, wie gut trainiert ich bin Ich glaube, ich habe mir selbst klar gemacht Ist schon so ein leichtes Abstecker, wo bist du eigentlich? Wieder bei den Aufzügen unten Okay Ich glaube noch nicht, dass wir an dieser Ecke hier ganz durch waren Ja, glaube ich irgendwie auch nicht Aber anscheinend gibt es hier nicht viel mehr Wieder Magazine Der Kram und dieser Kram und der Kram So Hier ist aber auch nichts weiter Alles ist schön, wenn Sachen groß sind, aber... Ja Oh, du hast nur die Karte benutzt Mich hier hinten durch Als Abkürzung wieder zurück in die, ähm... Hauptkategorie hier, wo wir vorher waren Achso Hatte ich den Bereich nicht schon aufgemacht? Ja, hast du Aber du hast die Tür nicht geöffnet Aha Jetzt können wir wieder hier durch In den Sportbereich Jetzt können wir mal in den Athletics Ja, ja, du kannst der Waffe aufgehen, ist ja toll So toll geklärt Oh, die Kreative Und... Au Drücken Äh... Resistance ist futile Wo ist der hin? Falsch bezogen, aber ich jag ihn gerade Da ist er hin Guck mich in der Zeit mal um, ne? Jooo, mach du mal Hatte ich mal das Schwimmbad gefunden Excellent Okay, wir haben... Die Zorgskarte, darfst du schon? Nö, es war offen Aha Inkonsequent Zugangskarte zum gesamten Sportbereich ist wahrscheinlich gemeint Das wird sein, ja Noch ne Quietsche ente Habe ich eigentlich Nein, hast du nicht Doch hab ich Ui Na ja, Sport ist Mord Die Fähigkeit, Quietsche entfliegen zu lassen Aha Ja, besonders wenn Assasin in den Duschen stehen, ne? Besonders wenn man zu blöd ist, um ne Hantel hochzuheben Was? Oh Ja, gut Lift me up 20 Pund Kilohanteln, ja Hier ist neu Leider nicht benutzbar Schade Es ist schön, wenn man sich da mal reinstellen könnte Ja Ich habe übrigens langsam wieder einige Gegenstände, die ich hier andrehen könnte Ebenso Wo soll denn die Übergabe stattfinden? Sagen wir so, ich bin momentan wieder Am Eingang von der Sporthalle Ja Ich habe die Angebote, die du nicht ablehnen kannst So Gut, das wäre das Was? Muss man den Metall sortieren Ein Stück weit Schade Uuuuuh 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 Das ist schon mal